Hallo und Willkommen! Ben ist wieder da. Heute machen wir die gebackenen Bunmenko an einer Creme-Sauce und natürlich ist pekant, aber es ist lecker. Dann können wir jetzt anfangen. Den Bunmenko habe ich schon bronziert. Das kommt jetzt ca. 30 Minuten in den Ofen. Jetzt machen wir die Soße. Und dann können wir die Soße. Musik Also, die Sauce ist fertig. Besucht unsere Webseite für das ganze Rezept. Da findet ihr auch viele weitere Gerichte zum Nachkochen. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Diese Sauce ist so lecker. Das musst du probieren. Also, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.